Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Rückwaffen! Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann zahlt die Armee im Kehrtmach! Mit welchen Kräften, mein Führer? Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Der andere Steiners war ein Befehl! Sie ist ohne Ehren! Dann entlösen wir die Westfront! Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Jodl! Das ist das Schlimmste, der Verrat von Eid! Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Unberechenbarer Kripska! Alle die anderen! Ja, 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 ja! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringt sie mir Feigelein! 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 Vielen Dank.